jo leute was geht willkommen zurück zu let's play last of us party hier stehen geblieben und jetzt geben wir die leiter hoch mal gucken wie es weitergeht okay bis jetzt ist mir noch ein bisschen zu ruhig spielrunde gedrückt um die fährte zu sehen mit dem mädchen aus der schule zu tun wäre ein echt irrer zufall wenn sie diese kleinen gruppen große gruppen kämpfen diese einzelgänger verstecken sich nur die 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 nein 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 scheiß honda Alter. Ach komm. Ja. Gib ihm. Uh, uh, uh. Oh my god. Scheiß hund aus. Oh my god, nein! Dig dich, dig dich! Oh my god, dieser hund. Was nagelt sie fest? Hallo? Router! Ja, ist gut, ziel doch! Dein Leben ist sooo knapp, oh mein Gott. Oh my god. Mein Gott. Sie kann nicht weg. Ich sehe sie nicht. Such die ganze Straße ab. Sie kann nicht weit sein. Nein! Mach die Tür auf! Was kann ich jetzt nur noch? Ein Hund. Jetzt reicht es mir. Oh la PG! Und? Ist hier irgendjemand? Verrampul sie hin, Leute. Kein Kontakt. Echt? Das war der Sauknopf, ne? Warum so viel? Ich schau mal, das ist verpackt! Dieses Gebiet ist gesichert. Hier? Hier auch. Die Leute sind sauber! Okay, dann haben wir so ein paar. Freunde, Freunde, Freunde. Dass wieder so eine krasse Stelle... Aber das gibt dann auch viel zum Looten... Oh! Hammer! Ich gebe dir den Hammer. Ja, ja. Jetzt seid ihr fertig, wenn ihr mich angreift. Zwei mag ich aus dort. Aber da ist es wirklich auch fertig. Und der Hund... Scheiße! Das hat mir ja nichts noch gefehlt. Ach, der Hund. Ich hasse die Hunde in Spielen. Ich hasse sie. Hallo, das passt auch noch eine Tür. Ja, geil. Nee, nicht noch ein Hund. Was ist das für eine Tür, Alter? Okay, das war jetzt auch knapp, ne? Das war jetzt... Der kommt wirklich hier hin. Der hat wirklich... Der hat wirklich heiratet. Ich mach euch alle fertig. Ich mach euch alle fertig. Hahaha. So viele können es gar nicht mehr sein, eigentlich. Was sind die? Ich mach keinen mehr aus. Aber ich... Ich höre sie die ganze Zeit reden. Ja... Munition kann man nicht mehr gebrauchen. Okay, und jetzt müssen wir schauen, wo die sind. Oh! Oh! Ich wollte mich... ...verarschen. Ah, die könnten hier drüben sein, in diesen Gebäuden. Mann! Ah! Da ist es. Aber das kann nicht der einzige sein. Hab ich das Gefühl? Ich bin keinem. Ja, ich bin keinem. Ich bin keinem. Bereite mich für deinen Tod vor. Hehe. Wenn ich sehen würde... ...vorstelle, was du mein Sammeln... Die Stimmen höre ich, aber ich seh die nirgends. Der eine weiße, der war da vorne irgendwo. Oh mein Gott, ein Hund. Ich hab keine Minikipp mehr. Was ist das? Ich hab keine Minikipp mehr. Hey, ich hasse es jetzt schon. Was machst du? Dass sie hier hinkommt. Ok, 4 Stück waren noch nicht sicher. Das habe ich gesehen. Plus dieser scheiss Hund. Und mit dem Schrott sind auch nur noch 6 Schuss. Hey ho. Der scheiss Hund. Der Hund. Also ich mag ja Hunde aber. Ah, aber in Spielen hasse ich es. Hey, wo ist er jetzt? Der kommt jetzt sicher von hier. Hey, oder auch nicht. Wo ist der Hund? Der Hund? Ich wollte ihn jetzt gerade erschienen. Was war das jetzt? Das ist das. Das frage ich mich auch. Fuuuuuuuck. Was ist das Ding? Mit einem Hund. Scheisse, der Hund kommt, der Hund kommt. Kein Problem. Tut mir leid, Hund. Die ist ja völlig los. Ah ja, moin. Der Hund wieder schoss, man rennt weg. Man kennt's. Auf was wartet sie? Das ist die kleine. Du kleine Bitch. Okay, mal schauen, dass nicht irgendjemand von hinten kommt. Gefunden und du bist tot. Von hinten, pass auf. Oder nicht. Da links ist irgendwer. Oder irgendwas. Warum macht ein Ziegelstein in der Hand? Ey, wenn ich nur ein Minikit herstellen könnte, das wäre meine Rettung. Ah, du willst mir packen und daherkommen. Ah, der überlebt das! Ein netter Versuch! Jetzt musst du los sein, Junge. Ja, der war daneben. Ah, der ist zurück. Ich glaube... Das sind alle. Das auch noch. Das würde ich sagen. Nein, Moment. Exit. Nein, 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 nein. Okay. Ja, geht. Knapp 10 Minuten haben wir gebraucht für diese Stelle. Ja, Moin. Okay, jetzt schauen wir uns in Ruhe um. Okay, jetzt schauen wir uns in Ruhe um. Wir haben zu viel Munition verschwendet. Wir haben uns in Ruhe um. Aber alle die... und die wichtigste... Wo war's denn? Das ist im Haus. Da waren wir auch schon drin. Ey, das ist wirklich alles leer. Ja, scheint so, ne? Wir haben uns in Ruhe. Ja, leben, 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 leben. Und direkt hier finden. Perfekt. Perfekt. Ey, das... Voll. Voll. Ja, wir können mich zwei herstellen, ja nicht. Jo, was hat mir hier gelandet? Alter. Alter. Alter! Alter! Du hast's gehört. Das hast du gehört? Jetzt weiss ich für was der ist. Bruder! Komm, komm! Ah ja, ich sehe wo mir reinmissen dauert, Alter. Ja klar, kann ich das alleine schieben. Der läuft doch hier weg. Gut. Ich hoffe, dass sie... ... voll. Ich kann nicht nachraten, okay Scheiße. Leben! Oh, oh! Verdammt, was ist das? Sprengfalle! Ja. Ja gut. Das ist nice. Ich hoffe, ich kann das herstellen. Ja, nein, kann ich nicht. Hahaha! Ahaha! was mir ein bisschen zu stehen ach ja kein minikill kann ich erstellen man weiss nie eigentlich bin ich nicht da wo und oh geil schäble doch springfalle zum teufel ist da geht in die richtung ja ja ok die sprengfallen die sind krass alt die fetzen ja weg ok ja ich auch ist ist das wir sind jetzt gelandet kita ja lol ja man noch ein ding geil Skyde Nur w-w-w-w-w-presson Skyde Si.. ok, das ist nice Halt mich doch, ihr Wichser, okay. Wo zum Teufel sind die? Dort war einer. Ja, alles gut, Ellie. Ach komm, scheiss drauf. Und wo? Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Oh, du siehst gut aus. Okay. Konzentration. Auf den Vögel. Okay. Okay, in diesem Ding waren wir jetzt. Jetzt gehen wir mal... Oh, hallo, da kommt ein Fahrrad. Jetzt ist eine Ellie auf dem Fahrrad. Nee, Moment, die waren doch auch schon, oder? Nee. Doch, und da kamen wir ja. Ah, ja, ja, ja. Ah, Moment, aber jetzt haben wir noch Teile... Also die Weltbank. Teile eingesammelt. Können wir jetzt? Nein, immer noch nicht. Scheisse. Oh mein Gott, okay. Die zwei Geschäfte werden abgehackt. Und... Probieren wir sie hier. Hörst du das? Das ist ein Schambler. Das hört sich ein Schambler an. Deine. Sehr gut. Ah ja, ich sag's mir nach Twitter. Oh ja. Oh ja. Nein, jetzt ist es echt reingelaufen. Ich glaube, ich spin. Ich glaube, ich spin. Ich habe die Falle von Schemmel genommen. Dann kommt ein anderer Affe. Du bist jetzt noch tot. Hurra! Oh mein Gott! Leg mich am Arsch! Der ist... Tod. Tod. Ich geh jetzt. Junge! Der scheiß Rohan. Nein, der... Mein Leben. Mein Leben, Junge. Hallo? Alter, das ist... Das ist zu kurz. Das ist zu kurz. Ich habe hier nichts. Oh, ein Zettel. Moment. 30 265 ok irgendwas in seinem ort irgendwo ist ein safe und das finde ich natürlich geil halt aber mein leben finde ich nicht ganz geil hier bei der treppe nee da bin ich noch gar nicht hin ich schätze mann holst ok und wo muss man selbst sein die suche geht los dann nicht irgendwo wo es ist ein werkstatt hier muss irgendwie gar nicht da wollen wir auch noch nicht drinnen. Tattoo-Studio. Eli, willst du ein neues Tattoo? Das ist krass. 43. Schnelle Fertigung. Das ist ein Kleidwein der Bewegung. Oh ja, das ist nice. Alter, die Schubladner verarschen die uns so heftig an. Voll. Nein, ich will doch nur ein Leben halten, mein lebensamer Arsch. Das ist krass. Alter. Da, ne? Ja. Nein. Ich habe sonst noch kein Leben mehr. Dann machen wir aber das noch. Der ist brein gefallen. Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung von wo die überall kommen. Ich höre es bei meinem Kopfhör überall ein bisschen. Ja, ich auch. Scheiße, was war das? Ey, das ist ja nicht mehr normal, Alter. Ich weiß, jetzt sind sie alle tot oder was? Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Ach komm halt. Was? Kannst du Leben machen? Ja, ja, ja. Ey, meine Rettung. Und das ist so richtig. Ich sehe aus, als wäre es ein Witz. Ich sehe aus, als wäre es welche Jahre gewesen. Ach, scheiße, war die Kombination. 30, 82, 65. Ja, moin. 30, 82, 82. 62. 62. Ja, geil. Oh. Okay. Nice. Nice. Peace. Ya. Ja, hallo, ich bin hier raus. Okay, Leute, ich glaube, wir beenden dann gleich die Folge. Und dann, ich glaube, abgesucht haben wir noch nicht ganz alles. Aber das spielt keine Rolle. Moment, oder doch, das haben wir, dieses Geschäft haben wir, da noch eine. Ja, da kommen wir eh nicht rein. Ah, ein Friseursalon, ja, moin. Ich kann mich leben machen. Hallo? Ah, das hier wird Garage. Ja, lol. Ja, okay, dann haben wir wirklich alles, ne? Etwa. Weil ich hier, das ist das Riesgebäude. Und wie kam ich noch mal zur Treppe? Durch welches Gebäude war das? Ach, das habe ich gerade irritiert von der Taschenlampe. Ja, ich auch. Oh, mein Gott, Alter, habe ich mich jetzt. War das? Durch dieses Gebäude war es doch. Nein, nein. Nee, Moment. Irgend bei einem Gebäude. Da. Die Treppe ist dort, der muss... Ja, das sei hier, wo die Schämpel waren. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Ja, das ist ein Bogen. Äh, Eli? Die Wasser ist doch nur mit Pfeilen. Ja, okay. Doch, du kannst sie auch so brauchen. Hehe, helft drauf, Alter. Okay, Leute, ich habe jetzt sagen, an dieser Stelle was es von The Last of Us. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, lasst mir ein Abo da, und sonst bis zum nächsten Mal, Houtra.